Hallo meine lieben Leute, euer Blöksu mal wieder am Start und willkommen zurück zum wahrscheinlich vorletzten Part von NES Remakes. Uns fehlen nur noch ein paar Bonuslevel und dann haben wir schon alles geschafft. Und ja, ich denke mal die letzten beiden können wir noch nicht spielen, weil wir die nur noch nicht freischalten können, weil uns noch zu viele Sterne fehlen. Aber das hole ich dann offscreen nach. Und ja, wir fangen jetzt einfach an mit Myros und ich denke, ja die letzten zwei, drei Level werde ich dann im letzten Part machen. Wir siehe als Kleinfeuer Mario 20 Gegner. Okay, gut, da haben sie die Animation nicht so ganz hingekriegt. Und der Mario wird immer wieder ganz kurz groß, wenn er einen Ball schmeißt. Okay, das war richtig. So, okay, gut. Wir dürfen die Feuerblume natürlich nicht verlieren, sonst habe ich ein Problemchen. So, das reicht natürlich nur nicht. So, das reicht aber. Ja, Kleinfeuer Mario. So was gibt's auch. Gut. Puh. Oder ist das Baby Mario in Groß? Also als Feuerblumen Mario. Wer weiß. Nein. Ich hoffe nicht. Nein. Baby Mario, ich will dich nie mehr wiedersehen in irgendeinem Spiel. Aber es kommt wahrscheinlich wieder vor. Genauso wie Baby Luigi, Baby Rosalina, Baby Daisy und alle anderen anderen Babys. So, besiege deinen Gegner mit einem goldenen Hammer. Ähm, okay. So, wie können wir den besiegen? Hallo? Besiege den mit dem goldenen Hammer. Ähm, ich verstehe nicht. Aber anscheinend können wir ihn nicht direkt besiegen. Ähm, vielleicht automatisch. Achso, vielleicht muss er reinlaufen. Nee. Okay. Naja, aber das muss ja irgendwie gehen. Ah, okay, gut. Mit einem gezielten Schlag. So, zerstöre alles mit einem goldenen Hammer. So, das schaffen wir natürlich auch, oder? So, und die Leitern am Ende nicht vergessen. Ich glaube, die müssen wir auch besiegen, ne? Ja, oder? Nee, okay, gut. Die waren stabil. Und wir müssen nochmal alles zerstören. Und haben diesmal keine Gegner. Na, gut. Ohne Gegner ist es doch auch schön angenehm. So, und... Na, da unten ist ein Gegner. Verdammt. Zu früh gefreut. Egal. So, dann wechseln wir schön ins Screen. Was dürfte Zeit sparen? Und was machen wir jetzt? Ähm. Hm. Ja, gut. Wir können die Bombe eigentlich aktivieren. So, dann kommt die Leiter runter. Jetzt haben wir ein Problem. Weil den können wir jetzt... Ja, den können wir wahrscheinlich auch wieder getimt schlagen. Aber wir sind wieder auf der falschen Seite. Ähm. Wie meint er das jetzt? Na gut. Finden wir es heraus. Ja, doch. Ich habe das Gefühl, dass ich den tatsächlich so besiegen muss. Wie... Wie den einen Gegner vorher. Aber ich bin ja jetzt auf der falschen Seite. Der Hammer trifft den nicht. Ähm. Ah, okay. Gut. Ich kann doch... Den so töten. Was? Okay. Clear. 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 Gut, gut, gut. Habe ich ihn irgendwie durch Zufall getötet. Und auch hier nur ein Stern. Gut, jetzt ziehen sie tatsächlich an mit den Limits. Mit den Sternen. Gut. Aber das stört uns ja nicht. Wir machen einfach weiter mit Tennis. So. Besiege den unsichtbaren Gegner. Oh Gott. Naja, der Ball ist nicht unsichtbar, ne? Ne. Ja, von daher ist es mir eigentlich scheißegal, was der Gegner macht. Ob der unsichtbar ist, ob der fliegen kann. Solange der Ball sichtbar ist, ähm, stört mich das nicht. Aber... Äh. Der Ball ist auch grün. Genauso wie die Spielfläche. Das... Das stört mich. Ja. Nicht der fliegende Gegner, sondern der Ball. Und ist das aus? Ne, das war in. Okay. Gut. Yay. So. So. Wie viele Punkte brauchen wir denn? 45, ne? Und dann kommt dieses Tiebreaker-Ding ins. Netz! Achso. Ja, ich dachte schon, ich kriege den Punkt, aber natürlich nicht. So. Okay. Das müsste passen. Äh, natürlich trifft er ihn. Gut. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Nein. Miss. Okay. Äh, 40 ist der Tiebreaker, aber auch nur, wenn ich auch 40 Punkte habe. Na gut. Schaffen wir es jetzt. Und ich finde es unfair, dass der, äh, den, 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 den Aufschlag hat. Und das war ein Foul von ihm, oder? Ja. Okay. Gut. So. Naja, das war ein Foul von mir. Beziehungsweise ein Fehler von mir. Ich besiege doch jetzt den Gegner. Bitte. So. Ja. Ja, das war gut. Und, ja, dem konnte er nicht ausweichen. Beziehungsweise er musste ihm ausweichen. Weil er, zu schnell war der Ball. So. Gut. Nein. Okay. So. Ja, es macht einfach wirklich keinen Unterschied, ob der, äh, ob der unsichtbar ist oder nicht. So. Gut. Ansonsten holen wir irgendeinen Opa her und ein paar hübsche Frauen. Und die bringen ihn dann dazu, dass der Nasenbluten kriegt und dann wird er sichtbar, der Gegner. Ja. Wow. Das war ein, das war ein Push. Das war ein Schmetterball. Oh mein Gott. Okay. So, jetzt muss ich aufpassen. Nein. Scheiße. Und ich hab verloren, ne? Ah, nein, nein, nein. Däuße. Steht wahrscheinlich für Gleichstand. So. Okay. Wieder so ein Pushball. So. Ja, irgendwas muss ja der unsichtbare Gegner drauf haben, ne? So. Ah, und jetzt, ich glaub, wenn ich noch einen Punkt kriege, dann hab ich gewonnen. Okay. Fehler. Mach bitte noch einen Fehler. Bitte. Lieber unsichtbarer Computer. Oh, der macht nicht noch einen Fehler, ne? Ne. Aber ich, warum? Scheiße, ich hätt noch in die andere Richtung drücken müssen, oder? Däuße. Achso, jetzt hab ich wieder... ...einen Punkt quasi Abzug bekommen. Okay. Ja, ja, gut, man muss immer noch in die Richtung laufen, in der man schlagen will, aber... ...man sollte natürlich vorher schlagen. So, jetzt muss ich den Ausgleich schaffen. So. Bitte, bitte, triff. Das ist das spannendste Match überhaupt. Und, wow. Gut. Okay. Gut. Das ist das Duell der Giganten. So. Zwei Punkte hintereinander. Das werde ich doch wohl hinkriegen, oder? Ja, jetzt macht er wieder einen Fehler. Jetzt will er sich cool fühlen. Oder mich in Sicherheit wiegen, genau. Und dann will er... ...mich... ...einfach wegfetzen. Aber das schafft er nicht. Ne, ne. So, oh, komm. Oh. Nein, okay, okay, ich hab ihn noch. Out. Leck mich. So. Jetzt muss ich dreimal hintereinander gewinnen. Was war das denn für ein Scheiß? Warum spielt der Typ nicht? Na gut. Ähm. Wiederholen wir das einfach nochmal. Aber ich erspare euch das mal. Und wir sehen uns dann gleich bei... ...nem Punktestand von 40 irgendwas wieder. Ha! Der kann auch einen Doppelfoul machen. Wusste ich gar nicht. Hehe. Sehr schön. Ach, komm. Dann zeige ich euch dieses Match. Dieses Battle of the Gods, ne. So. Jetzt macht er nur noch Fehler. Wahrscheinlich ist er irritiert, weil ich hier so rumdanze. Was? In? Ja, okay. Gut. Scheiße. So, ich dance hier wieder rum. Und dann macht er wieder einen Fehler, ne. Ne. Diesmal lässt er sich nicht beirren. Gut. Ein echter Gegner. So. Okay. Oh, das war wieder so ein Scheiß-Pushball. Leck mich doch im Arsch. So. Jetzt schaffen wir es doch bitte. Gut. Okay. Sehr gut. Aber ich kann nicht wirklich zielen in diesem Spiel. Zumindest habe ich es noch nicht zu 100 pro raus. Okay. Und was war das jetzt wieder? Der hat den doch eigentlich getroffen. Mann. So. Oh, ne. Der ist aus. Ne. Habe ich wieder verloren. Äh. Ja. Super. Gut. Dann schneide ich jetzt aber mal. Okay. Okay. Ruhig bleiben. Na du. Scheiß Wechsel. Ah. Mann. Ich will jetzt endlich gewinnen. So. Please. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich darf nicht so nah dran stehen. Nicht beim Aufschlag. Okay. Okay. So. Jetzt wird es wieder relativ spannend. Okay. Ja, 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 er hat einen Fehler gemacht. Und jetzt, wenn ich jetzt noch einen Punkt bekomme, dann habe ich gewonnen. Also, please. Oder mach einen Doppelfehler. Nein. Ich glaube, wenn ich ihn nicht angenommen hätte, dann wäre das ein Fehler gewesen. Ah, ne, der war im richtigen Moment. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt halt diese Verlängerung. Dieses Deuce. So. Okay. Ich sollte das, glaube ich, nicht nochmal aufsprechen, weil ich blamier mich sonst, ne. Vor denen, die Französisch können. Ich nehme mal an, dass das Französisch ist und warum geht der da hin? So. Okay. Come on. Please. So, ich stehe aber wieder. Leck mich doch an. Sonst wo. Gut. Ich hasse Tennis. Aber ich habe es eigentlich gemocht. Aber wenn der immer so blöd da ins Rauss spielt, dann nervt es einfach nur. So, sehr gut. So, 40, 15. Das ist doch nur eine gute Ausgangsposition. Bitte. Glück. Lass mich nicht im Stich. So, bitte nimm mich nicht an. Ja. 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 In. 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 Habe ich gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Yes. Endlich. Uiuiui. Okay. Lange genug hat es gedauert. Aber. Immerhin. Ja. Bin ich dran geblieben. Ich wollte schon fast skimmen. Aber. Nein. Und werde sogar mit Shinies belohnt. Sehr schön. Ja. Viel schneller kann man den auch gar nicht besiegen. Außer halt zu null. Ne. Und ich kriege sogar einen neuen Stempel. Einen. Äh. Einen Zora. Ne. Ja. Das ist ein Zora. Sollte zumindest einer sein. Ne. Wenn der Gegner nur Fehler macht. Ist das hier keine Herausforderung. Ja. Das stimmt. Gut. Aber mein Gegner. Der war voll der Bro. Siege Goma mit dem letzten Pfeil. Wie viel habe ich denn? Einen. Okay. Also. Einen Pfeil habe ich. Und ich muss ihn. Direkt ins Gesicht spritzen. Äh. Ja. Äh. Schießen natürlich. Ja. Boah. Das ist ja eigentlich das gleiche. Ne. Mehr oder weniger. So. Ich hoffe. Ich habe auch den richtigen. Ja. Das ist der B-Knopf. Okay. So. Ich bin jetzt am B-Knopf. Und. Ich mache dir immer. An der selben Stelle das Auge auf. Ja. Okay. Sehr schön. Gut. Lauf Mario. Okay. Und ich brauche 5000 Punkte. Ja. Natürlich. Funktioniert das nicht. Ja. Gut. Und das Höchste ist 5000. Das habe ich auch in den Kommis gelesen. Okay. So. Ja. Höher geht es nicht. Und ein Doppel. Halte den Ball. Fünf. Ballwechsel lang im Spiel. Äh. Okay. Das sollte ich ja hinkriegen eigentlich. So. Okay. Fünf Ballwechsel. Okay. Das heißt einmal muss ich noch treffen dann. Und jetzt nimm den bloß an. Was soll. Was. Was ist das da. Ach komm. Da kann ich doch nichts dafür. Wenn die Computer so schlecht sind. Ich dachte die werden so programmiert. Dass die immer annehmen. Na gut. Dann versuche ich. Ähm. So gut es geht. Zu denen hinzuspielen. Und wenn die dann nicht annehmen. Dann ist das echt Betrug. Okay. Das war sehr knapp. So. Der Ball ist doch so langsam. Wenn du den nicht kriegst. Dann. Okay. Sehr gut. Und jetzt muss ich ihn nur noch treffen. Ja. Sehr gut. Wir siegen Bowser. Mal wieder. Das mache ich doch in Mario Maker die ganze Zeit. Oh mein Gott. So eine Riesenflamme. Ich glaube die gibt es nicht im Originalspiel. Und scheiße. So. Zwei Leben haben wir noch. Und ich hoffe wir brauchen die nicht. So. Und das Geräusch mit von der. Von der. Von der. Von dem Feuer. Oh mein Gott. So. Gut. Ja lass ich das Feuer mal kommen. So komm. Geht es wieder runter? Nee es geht nicht runter. Okay. Gut. Und achso. Ich hätte mir da einen Pilz sicher nehmen können. Okay. Gut. 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 Muss ich halt auch das nochmal neu machen. Später. So. Okay. Ja aber ich. Ich krieg die Steuerung nicht hin. Die ist so. Wirklich. Die ist wirklich Bullshit. Also wenn ihr das Spiel nicht habt. Dann wisst ihr wahrscheinlich nicht was ich meine. Aber wenn ihr es kaum habt. Dann versteht ihr mich. Gott. Nee ich will nicht restarten. Sonst bin ich ja gleich wieder weg. Oder ich muss das Tennisspiel nochmal machen. Das will ich natürlich nicht. Ach Gott. Okay. 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 Ruhe bewahren. So ich will hier schnell durch. Und jetzt bleib ich mal hier stehen. So. Ich bewege mich nur ein bisschen. Ja und den Pilz krieg ich natürlich nicht. Und der springt einfach nicht. Gut. Ja wäre das Mario Maker dann. Wäre das so einfach. Dann wäre generell alles so einfach. Was in diesem Style gemacht wurde. Okay. Ne ich spring da voll wieder rein. Okay. Gut. Langsam machen wir das jetzt. Langsam. Aber sicher. Wir versuchen das zumindest. Gut. Ich weiß nicht ob wir es schaffen. So. Ja aber hier springe ich rein. Weil der springt halt auch nicht zurück. Mann es regt mich auf. Also ich bin froh wenn ich hier Mario Bros nicht mehr spielen muss. Das sage ich ganz ehrlich. Okay. So und jetzt hier rein bitte. Ja. Und jetzt zum Bowser und am Bowser vorbei. Und. Ach Gott. Ich brauche den Pilz glaube ich. Also ich sollte ihn mir holen. Wenn das möglich wäre. Ja. So ich warte jetzt hier ab. Aber der geht dann auch nicht sofort runter. Muss ich nochmal ganz viel drücken. Ja. Ach komm. So Pilz. Naja. Und ich sterbe wieder. Nein ich sterbe nicht. Okay. So und dann hier rein. So Feuer geh mal weg. Vielen Dank. So. Das Feuer taucht doch. Das Feuer taucht doch random auf. So. Meine Augen tun aus irgendeinem Grund weh. Wahrscheinlich halten die diesen Style nicht aus. diesen Grafikstyle. Vor allem ich sehe halt die Pixel. Da sind drin. Und jetzt wo ich daran denke. Ah. Wirds ganz schlimm. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bowser. Bowser. Warum wirst du mit Hämmern? Oh. Gut. Das können jetzt auch wieder ne Weile dauern. So Bowser. Komm her. Ich krieg's wieder nicht hin. Und meine Augen. Die kommen echt nicht auf diesen Hintergrund klar. Okay. So. Unten durch oder oben drauf? Ja. Ich versuche oben drauf und dann einfach zweimal zu springen. Und dann schaffe ich's hoffentlich. Aber dann kommt hier diese scheiß Flamme. Ach Gott. Ich krieg's nicht hin. Ne. Ach Gott. Okay. Aber ich lebe noch. Gut. Mario. Also die Plattform kommt auch nicht näher zu mir. So. Aber Bowser kommt näher zu mir. Bowser geh weg. Fick. Game over. Ja. Ne. Ja. Das ist die letzte Challenge. Ich mach das irgendwann anders. Lol. Ich komm echt auf diesen Hintergrund gerade. Wirklich nicht klar. Also meine Augen. Tun ja so ein bisschen weh. Ja. Also. Ah. Das kann man schlecht erklären. Das ist halt so, ne. Von daher brech ich das einfach. Muss ich das abbrechen. Und. Oh mein Gott. So. Komm. Ich hab eine Bombe. Ja. Das muss ja dann mit Glück funktionieren. Ja. Besiege. Mann Handler. Ja. Kann ich nicht mein Schwert noch nutzen? Ne. Ne. Ich hab's gar nicht. Okay. Ich brauch mehr Bomben. Ja. Vielleicht gibt's Bomben in dem Raum. Aber ich bezweifle, dass wir da rein dürfen. Aber ich probier's mal aus. Und ich hab eigentlich nicht den B-Knopf gedrückt. Aber okay. Spiel. Wenn das Spiel sagt, ich hab den B-Knopf gedrückt, dann wird das schon stimmen. Und natürlich kann man da nicht rein. Okay. Aber es ist auch die einzige Herausforderung hier. So. Geht der denn immer gleich? Hat der ein Muster? Nö. Ja. Dann ist es wirklich Glück. Und ich sterbe hier. Ne. Gut. Ich glaube, hier ist das Restart nicht schneller als das Miss. Von daher lasse ich's. So. Ach komm. Das war's doch schon fast. Und warum hat Link kein Schwert? Ich meine, ist das der dritte Dungeon? Äh. Link. Du bist ein Versager. Zumindest hier. In diesem Level. Gut. Ne. Ist auch wieder nix. Ja. Ich muss die näher zu mir setzen, würde ich sagen. Aber auch, das ist wirklich ein reines Glücksspiel. Also. Hm. Die Bombe muss halt voll sitzen. Hier vielleicht? Nö. Ja. Ja, dass das auch irgendwie für Aufnahme ziemlich langweilig ist. Ich überlege mir das jetzt auch zu skimmen. Weil das ist wirklich das Einzige. Und viel passiert hier nichts. Ähm. Es passiert einfach nichts. Ne. So. Ja, das war's doch schon fast. Gut. Ich probiere es jetzt nochmal. Und ich lege die Bombe jetzt auch nochmal dahin. Und dann hoffe ich drauf, dass der die gleiche Rute nimmt. Ja, so ungefähr. Okay. Ich nähere mich an. Gut. Jetzt vielleicht noch ein Stück weiter vorne. So. Ja. Okay. Gut. Und ich habe sogar das Herz bekommen. Ja. Ich glaube, das ist Shinies. Schon eigentlich. Weil schneller geht es eigentlich kaum. Gut. Haben wir immerhin dieses Level geschafft. Und ich weiß gar nicht, was wir noch alles brauchen. Aber wir machen auf jeden Fall noch einige Level. Eigentlich wollte ich die alle schaffen. Aber, ja, wird wohl nichts. Ah, schauen wir mal einfach. Kehre zum Start zurück. Okay. Das ist wieder eine einfache Mission. Würde ich jetzt mal so behaupten. Außer der Donkey Kong. Der macht irgendwas total Blödes. Achso. Wir haben hier das Feuer. Ja gut. Aber das Feuer, das können wir ja überspringen. Aber das zappelt so hin und her. Das ist nicht gesund. Ne. Gut. Ich glaube, ich muss abwarten, bis ich das Feuer habe. Beziehungsweise, bis das Feuer so weit oben ist, dass ich dem ausweichen kann. Ja. Gut. Da muss ich hier quasi verweilen erst mal. Ja, also man kann theoretisch auch drüber springen. Aber es ist halt schwierig. So. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob ich von der Leiter runterspringen kann. Von dieser kaputten Leiter. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht geht. Gut. Von daher muss ich jetzt warten. Warten, warten, warten. Beziehungsweise, ich zerstöre eine Flamme. Okay. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Aber okay. Flamme, bitte komm hoch. Und lass dich zerstören. Das wäre sehr nett. Liebe Flamme. Natürlich nicht. Äh. Jetzt kommt sie hoch, ne? Oder auch nicht? Gut. Dann eben nicht. So. Ja. Ich probiere es nochmal mit einem Sprung. Und jetzt muss ich aber hier aufpassen. Okay. So. Ich probiere es einfach mal. So. Ja. Und jetzt hat auch anscheinend auch... Äh. Ist die Zeit so ein bisschen ausgegangen. Aber okay. Gut. Wir probieren es einfach nochmal mit einem Sprung. Weil wenn die Flammen nicht hochkommen, ja, dann kann ich auch nichts dafür. So. Die Flamme ist zwar jetzt schon auf der zweiten Ebene. Oh. Die kommt hoch. Die kommt hoch. Okay. So. Hier rüber. Und die ist wieder unten. Diese scheiß Flamme. Ja. Also es geht. Aber auch dieses Level ist mehr oder weniger Glück. Hm. Ja. Ich glaube, ich überspringe das auch. Hm. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, für euch ist es jetzt nicht interessant. Da das hundertmal zu sehen, wie ich das versuche. Diesen Sprung. Gut. Oder gibt es noch einen Trick dafür? Ja. Okay. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay. Gut. Kehre zum Start zurück. Ja. Ich bin zum Start. Okay. Immer wenn ich es abbrechen will, funktioniert es plötzlich. So. Das gibt Chilies. Ja. Natürlich. Ja. Jetzt bin ich doch wieder motiviert, es weiterzumachen. Und wir haben 555 Sterne. Gut. Ich glaube, es gibt insgesamt 580? Ne. 600. 600 Sterne gibt es insgesamt. Und Golf. Oh Gott. Aber wir sind ja jetzt Profigolfer. Ne? Schlage ein Hole in one. Ja. Super. So. Der Wind zeigt so. Ja. Wir müssen verziehen quasi. Ja. Ich spiele einfach mal so. Volle Kraft. Und dann verziehe ich so ein bisschen. Und ich muss in die andere Richtung verziehen. Und nicht ganz volle Kraft einsetzen. Dann funktioniert es. So. Ich denke, der Schläger ist schon mal richtig gewinnen. Ja. Das war wieder falsch. Ich muss eben links von den weißen zwei Strichen setzen. Ja. Geradeaus funktioniert nicht. Und es war auch zu schwach. Okay. Gut. Also fast volle Kraft und links. So. Ja. Das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Ja. 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 Ähm. Ja. Das ist auch wieder Glücks. Ein Glücksspiel. Also es ist ein bisschen schade, dass jetzt eigentlich nur noch Glückssachen kommen. Ne. Das war zu schlecht. Okay. So. Nicht ganz volle Kraft. Ja. Ich probiere es jetzt einfach zwei, drei Mal. Live. Aber das ist wirklich Glück. Ja. Weil jetzt bin ich so nahe dran. Ähm. Ja. Kürz. Ja. Das ist einfach nur Glück. Ja. Super. Der hätte jetzt auch direkt reinfliegen können, ne? Ja. Auch hier. Ja. Mach ich das irgendwann anders, denke ich. So. Und es gibt wahrscheinlich auch keine drei Sterne mehr. Oder? Ja. So. Ich breche jetzt dieses Level ab. Beim nächsten Continue. Ja. Also wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann breche ich es ab. Liebes Spiel. Also. Ja. Sollte es jetzt eigentlich funktionieren, ne? Okay. Das sieht schon mal gut aus. Äh. Fast. Ja. Ein bisschen zu stark. Ein bisschen zu stark. Okay. So. Okay. Das sieht... Ist doch ganz gut, oder? Ja. Oh, oh. Yeah. Perfekt. Ja. Ich muss einfach immer nur mit einem Abbruch drohen und dann funktioniert es. Oh, das sind sogar Shinies. Jawohl. Shinies. Geil. Neuer Stempel. Geil. Gut. Und das ist ein... Ich glaube, den hat man bei den Ice-Claimers gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Hole in one im first try. Viel... Äh. Ja. Sehr gut gemacht, Flo, ja? Gut. Und ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Oder? Ja. Ice-Claimers, das geht ja recht schnell. Sammel alles Gemüse ein. Und da wische den Condor. Ja. Das kennen wir doch eigentlich. So. Aber wo bitte? Schön ist das Gemüse. Ähm. Das kommt wahrscheinlich noch. Okay. Nein. So. Hoch. Wo ist das Gemüse? Oder ist das dann die Bonus-Stage? Ah ja. Das ist die Bonus-Stage, ne? Ja, ja. Doch. Das kann gut sein. So. Hier hoch. Dann am besten hier durch, Wurschtol. Sehr schön. Und jetzt müsste die Bonus-Stage kommen mit dem Gemüse. Oder auch nicht? Bonus-Stage. Ah, okay. Gut. Gut. Also quasi auch ein Level, was wir quasi schon kennen. Das Problem ist, wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir wieder von unten starten. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Von daher gehe ich da hin. Und ja, springe ich oder springe ich nicht? Ich will nicht springen. Also, ich will eigentlich schon springen, aber ich traue mich nicht. Von daher warte ich auf diese Wolke. Okay. Okay. Und ich muss noch den Konto erreichen. Und zwar in der Zeit. Und... Ach, komm! Ach, komm. Gut. Aber ich habe hier anscheinend unendlich viel Zeit. Und da oben geht dann der Timer los. Ja, in dem Bonus-Level, ne? Ja. Gut. Aber hier kommen wir ja sehr schnell durch. Also, ja, das ist ein bisschen unnötig, diese Aufgabe. Weil, ja, viel passiert hier auch nicht. Weil, keine Ahnung. Hier ist keine Schwierigkeit vorhanden. Ja, es geht halt höchstens um Geschwindigkeit. Und deswegen versuchen wir uns schon mal so zu platzieren, dass wir hier starten. Wo das erste Gemüse spawnt. Äh, okay. Hier. Gemüse. So, genau. So, haben wir ein Gemüse schon mal sofort eingesammelt. Und, okay. Mein lieber Ice-Claimer. Mach keinen Scheiß. So. Okay. Ach, komm, ich springe einfach. Nein, das war nicht gut. Das war nicht gut. Scheiße. Äh... Ja, aber den Sprung von hier schafft er nicht. Gut, deswegen müssen wir auf diese Wolke warten. Und am besten gleich runter. Dann wieder auf die Wolke drauf. Und dann hier drauf. Okay. Okay, sehr gut. So, 13 Sekunden noch. Schaffen wir das noch? Condor. Bitte sei lieb. Ja. Oh. Das war doch ein perfekter Run eigentlich. Oh yeah. Der Run war gut. Und ich denke, das sind sogar auch Shinies wert, ne? Was? Zwei Sterne? Okay, okay, okay. Alles klar. Ich verstehe. Gut. Ja. Jetzt bin ich wütend. Und deswegen mach ich jetzt, ähm... Ähm... Mach ich Wrecking Crew noch? Ja, ich will noch etwas kaputt machen. Zerstöre alle Wände. Okay. Haben wir wieder einen goldenen Hammer? Äh... Nö, aber so ein Typen, der keine Ahnung was macht. Der will uns auf jeden Fall blockieren. Das ist so ein Hater wahrscheinlich. Äh... Aber der, der macht nichts, ne? Äh... Habe ich es mir jetzt verbaut? Ne, ich komme hier noch runter. Okay. Gut. Ich hoffe, ich komme auch wieder hoch. Das wäre sonst traurig. Gut, das muss ich zuerst zerstören. So. Ah, ne. Shit. Ja, ich komme da nicht mehr weiter. Naja, gut. Dieser Typ macht anscheinend nichts. Ähm... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da nochmal hinkomme. Wobei, ich muss ja nur die Wand zerstören, ne? Äh... Achso. Da ist keine Leiter mehr. Okay. Gut, ich habe verstanden, wie es geht. Äh... Ich zerstöre erst das hier. Und dann zerstöre ich das außen. Weil das auch wieder eine Aufgabe ist, die... Naja. Ich sag mal, relativ langweilig ist, weil nicht viel passiert. Ah, naja. Auch solche Aufgaben gibt es eben hier. Leider. So, aber jetzt komme ich hier nicht runter. Äh... Aber ich komme von unten da hoch, ne? Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier hoch. Zerstöre noch diese Wand hier. Und dann... Habe ich hier diese Bombe. So. Okay. Gut, das müsste jetzt alles so passen. Und der Gegner, der ist weg. Zumindest... Ja, der ist aus dem Spiel. Und der andere macht ja nichts, ne? Ich hoffe es zumindest. Weil... Ansonsten wäre das echt... Blöd. Na gut. So, der ist sogar weg. Ah, ne, da ist er wieder. Dieses Arschloch. Ach so, scheiße. Äh... Ja, ich hab's verbockt, oder? Ich hab's verbockt, oder? Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das als Wand oder als Leiter zählt. Ich hoffe mal, dass das... Fick dich. Ich hoffe mal, dass das als Leiter zählt und nicht als Wand. Ansonsten habe ich ein Problem. Feuerball! Okay. Kann man doch schön ausgewichen. So, ach komm. Na gut, aber der könnte mir später eventuell nützlich sein. Wenn ich doch noch hier weiter muss. Aber... Ja, muss ich. Scheiße. Ja, komm her. Komm her. Aber der kann nicht mehr herkommen, oder? Ne. Ja, doch, doch, doch. Komm, 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 komm. Komm hierher. Komm, komm, komm. Hm. Ne, der kommt nicht her. Scheiße. Na gut, aber im Prinzip habe ich das jetzt auch gezeigt. Und von daher beende ich an dieser Stelle mal diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim letzten Part N.E.R.S. Remix auch wieder dabei seid. Und da machen wir es dann zu 100% vollständig. Und ja, das sind doch drei Level. Und ja, ich denke, das kriegen wir hin. Wobei ich glaube, ich weiß, dass das hier... ...lang dauern könnte. Also ich glaube, da gibt es ein Level mit 40 Teilaufgaben oder irgendwie so. Also ich habe da so eine leichte Erinnerung. Ah, das sehen wir dann. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und zum letzten Mal. Euer Blüigstu. Und tschaui. Zumindest in diesem Projekt das letzte Mal. Bis zum nächsten Mal. Hai Beauty. Und da, bis zum nächsten Mal. Bye. Old Universe.